In Himberg freut sich groß und klein bereits auf den Sommer. Um den bevorstehenden Schulschluss gebührend zu feiern, gab es daher ein großes Sommerfest inklusive tollem Kinderprogramm. Der Sommer ist nun endlich da und das Schuljahr neigt sich langsam seinem Ende zu. Das ist ein Grund zum Feiern und so fand in Himberg das Schulschlussfest am Kirchenplatz statt. Diese Veranstaltung, organisiert vom Elternverein der Volksschule, erfreute sich großer Beliebtheit in der gesamten Gemeinde. Man sieht, wir haben ja sehr, sehr viele Kinder. Über 300 Kinder gehen hinten in die Volksschule, sehr, sehr viele Klassen. Und man sieht, es ist auch hier etwas los. Die kommen nicht mehr in die Schule, sie kommen auch hier feiern und sich vergnügen. Und das ist eine tolle Veranstaltung, ein gutes Rahmenprogramm, gute Laune. Und es ist wirklich als Bürgermeister eine große Freude, wenn man hierher kommt und so sieht, wie die Kinder vergnügt sind, wie sie die Kinder spielen, wie sie die Kinder unterhalten und welcher Eifer sie auch hier dabei sind bei dem Rahmenprogramm. Schulschluss ist immer ein Grund zum Feiern, wenn man in dem entsprechenden Alter ist. Das Fest hat sich in den letzten Jahrzehnten, es gibt ja schon ewige Zeiten, immer weiterentwickelt. Und so wie es jetzt ist, mit hunderten Gästen, super Wetter. Die Feuerwehr ist da, Baseballclub ist da, Hindernisparcours ist da. Also es gibt ja nichts aktuell, was es nicht gibt, so kommt es mir vor. Und das ist klar, dass es den Kindern Freude macht. Die Feuerwehr war ebenfalls beim Fest vertreten und präsentierte sich mit verschiedenen Stationen, die für Unterhaltung sorgten. Die Feuerwehr hat heute mehrere Fahrzeuge mitgebracht, unter anderem, was man hier zur Linken sieht von uns, das sogenannte VfK. Das ist unser Kranfahrzeug. Und da haben wir für die Kinder ein Kistenglettern aufgebaut. Zu unserer Rechten hat die Feuerwehr Jugend eine Station aufgebaut, von einem Feuerwehrwettbewerb, den sie im Sommer immer absolvieren. Da wird mit einer kleinen Spritze ein Behälter aufgefüllt. Und dann haben wir noch unser großes HLF mit, mit dem wir normalerweise sowohl technische Einsätze als auch Branddiensteinsätze absolvieren. Und das ist heute für die Leute einfach mal zu sehen, was wir alles leisten können und wie viel Equipment in so einem kleinen Feuerwehrauto alles Platz findet und versteckt ist. Auch kulinarisch wurde den Besuchern einiges geboten. Es gab eine vielfältige Auswahl an Köstlichkeiten zum Genießen. Doch das war längst noch nicht alles, denn das Fest hatte noch weitere Attraktionen zu bieten. Natürlich auch Ponys hier, wir haben Slushy hier, wir haben eine Sportmaschine hier, wir haben Fotobox hier, es ist Kinderschminken, es gibt unzählige Sachen. Und das ist auch ganz wichtig, weil so bekommen wir natürlich den Zuspruch von der Bevölkerung und da kommen alle her dann. Woher kam denn diese Idee für diese heutige Feier übrigens her? Die Idee, die kam natürlich nicht von mir, sondern die wird schon seit vieler, vieler Zeit von Vorgänger zu Vorgänger weitergetragen. Das, was wir versuchen, ist natürlich immer etwas mehr zu geben, etwas mehr zu bieten für unsere Kinder. Und die Idee ist nicht von mir, wir versuchen einfach nur das Beste zu tun für unsere Kinder hier. Was gefällt euch denn heute hier bei diesem großen Fest bis jetzt am besten? Also ich bin ja bei der Feuerwehr und wir machen ja Stationen. Und ich finde allgemein so, dass jeder eine Station macht, cool. Oder das mit dem Reiten, also dass sie die Pferde hierher bringen, das finde ich sehr cool. Ja, ich fand das Reiten auch sehr cool, die Stationen mit dem Wasser fand ich auch sehr cool. Also ich finde es toll, dass so viel für Kinder da ist und dass auch die Feuerwehr kommt und so. Für so ein großes Fest braucht es aber auch ein Team, das hinter einem steht, oder? Ja, und auf dieses Team kann man echt stolz sein. Also wir sind mit den Kindern gezählt, sind wir hier circa 60 Personen aktiv tätig. Und es geht ohne ein starkes Team gar nichts. Und da ein riesengroßes Dankeschön an das Elternvereinsteam hier in Himberg. Und da ein riesengroßes Dankeschön.